sie geht jetzt rein petri ist drin letztes kapitel ne bringt die zwei mission sind heute noch nicht heute sondern sind noch es geht los drei zwei eins go good best image in roistown take care of hush and we can get to the core baby auf so eine pizza habe ich auch bock so ein bisschen spiel ich spiele ein bisschen mit dem gedanken eine pizza zu essen heute warum habe ich so viel zeug dabei der ruhe der ruhe ist und feier wie du die du vor der letzte so jetzt bin ich mal gespannt ob die sauer sind um also eine theorie habe ich da jetzt die tiefste uniform die es gibt also die höchste theoretisch könnte ich rufe überall rumlaufen oder auch einfach nicht cool das haben sie aber gefixt das finde ich gut hey da waren zwei fliegende klöten da hinten steht einer alleine das wäre mega wenn wir uns den snacken könnten die boys sind alle braindead so 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 oder naja was heißt bugs 1 0 9 initiated at 100% signal strength identify impulse string load suggestion motor control 44.1 we need to go higher i can get to him just focus my head it's too low he's got spirit quiet i can't focus abort you're going too far no he's on the verge to break him go higher it'll kill him it's already way beyond reasonable intensity this subject is abnormally resisted he's no match for hush nothing was shit came to be without streamed noch gemacht heute calling it quits hush you need breath okay okay a short break i'll return with a clear head god damn that assistant if they'd up the signal it will kill him stay put or stay close i want you in chair when hush and sister lay with her i'm here to the end all the time er wollte schon wieder nicht aus dem sitz aufstehen okay ist geprägt ist vorbereitet jetzt können wir den kill machen und dann müssen wir noch einmal runter in den keller ausgang finden ja man 25 stunden später ich bin ja mal gespannt wie viele punkte wir jetzt kriegen nach vier stunden ja man glaube ich ein zwei sachen haben wir freigeschaltet ja kann es halt vorher nicht wissen dosa also an meisten zeit haben wir jetzt an der frau verschwendet sage ich mal also das haben wir ja glaube ich hier oder fünf mal probiert und jedes mal der partner uniform holen und den ganzen scheiß hin und her alles machen das hat schon bestimmt zwei stunden gedauert bis wir dann rausgefunden haben das war das dein platz ich bin 47 da brauchst du 470 prozent okay log continuing experiment h109 run calibration 100 signal strength 100 confirmed h109 initiated ich wusste gar nicht dass blau und rot so gut harmonieren irgendwie okay okay Weiß ich gar nicht, Prämmer. Aber könnte sein, weil Orange und Teal, also Orange und Chiron sind ja nicht weit weg davon, ob der... Kahn, äh, du solltest da vielleicht mal den Support schreiben, den, äh, von Sauerkraut. Das haben ein, zwei Leute schon geschrieben. You dead! Balletrager! Good. That's both targets down. I just need to override this and I'm in. You can get out now and I can take care of the data remotely, unless you want to handle it yourself. Heavy the fuck? It's funny how kids look so innocent when they sleep. The adults look like imbeciles. I don't know. You know, I enjoy your company. That's nice. Me too. Yeah, that last guy wouldn't shut up about the experiment. A thousand questions in an hour. You're right by the experiment. Oh. I'll tie over here stuff. I got you, mother trucker. I got you. Das hab ich mir schon gedacht. Du Peniskopf, dass du nicht genau in dem Moment umdrehst. Am Arsch, Alter. Am Arsch. Du blöde Pissnöke. Hab ich schon vergessen. Huh? Huiiiiiii. Ach was, hier ist irgendwo auch gleich noch ein Exit. Können wir nicht hier raus? Wart uns ein bisschen Zeit. Hallo, hallo. Yeah, that's what I like to see. Yeah, that's what I like to see. Oh, snap. Alle Türen zu? Uh oh. Hey, how are you? I'm good. Thanks. Oh, 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 oh. Okay. Kommen wir von hier da irgendwo hin? Oder so? Scheiße, haben die die ganzen Türen zugemacht jetzt? Jo. Gab's da nicht auch, äh, anderen Weg? Good, you're alone. I'm sealing the room and dimming the windows 47. No need to worry about intruders. Oh. Hier hat keiner gefunden. Hier hat keiner gefunden seitdem. Es ist alles hier. Klients, operativen, jeder ICA-Everer Sanction. Es ist genug, um sie zu verletzten, für gut zu verletzten. Für gut! Wann haben wir schon viele Leute getötet? Sie haben die Möglichkeit, um sie zu verletzten. Ich wähle ihn. Die zwei von euch zurückkommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass du... Ich weiß nicht. Ich verstehe, warum du sie siehst. Also, die Daten zu den zwei von euch aus der Systeme, bevor wir die resten verletzten. Okay, gut. Ich habe einen Link zu einem Informationen-Non-Profit-Site. Wenn du diesen Button pressst, ist es da oben und der ganze Welt wird wissen, dass es kein Undo-47 gibt. Das wird die ICA für gut. Hier geht's. Na klar. Lass mal reinlöschen jetzt hier den Laden. Löschen. Oh-oh. Das ist ein Silent, ist das hier? Das ist schlecht. Das bedeutet, dass sie auf der Seite schreien. Ich werde ein bisschen Havoc-47 machen. Maga, willst du mich verarschen? Jetzt sehen die, wissen die alle, wer ich bin? Ich hab mir extra so eine gute Uniform geholt. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich gesagt, mal remotely. Sabah! Ich verstehe. Kommand, ich habe nichts zu verabschieden, mit meiner currenten Positionierung. Over. All... Personnel, Breach Protocols initiiert. Was ist ein Robo? Oh, yes, 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 yes. Oh, sounds good. Oh, yeah. Oh, 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 I can feel it already. All personnel, breach protocol initiated. Almost there. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, we did it. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Darf ich mich unterstellen? Danke. Yes, we did it. Oh, nice. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. fast die hälfte in einem schiss ich habe nicht eine story mission gemacht was WTF? Nice. His 1 Weakness. Die Begründung der... Sie gewinnen. Also? Was passiert jetzt? Die Ball ist in Ihren Karten, Miss Burnwood. Ich habe andere Kandidaten, du kennst. Die meisten von denen, die ich nie mit einem Schraub haben. Sie haben die Nachrichten gesehen. Das war 47, der auf seine eigene Arbeit. Er ist unverletzt. Er ist unverletzt. Und er kann nicht sein. Er wird dich finden, Mr. Edwards. Und ich habe die einzige Chance, du hast. Ich bin listening. 47 hat eine Weakness. Me. Oh, Diana, nein. Diana, nein. Don't you fucking dare. Nein. Nein, Diana, nein. Nein! Oh, mein Gott. Wird das so enden, dass Diana uns nach über 20 Jahren Geschichte verrät? Oh, mein Gott. Nein! 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 Oh, nein. Oh, Gott. Nein. Please don't. Ich muss halt wirklich legit auf die Uhr gucken, welches Jahr wir haben. Oh, nein. Nein! Ich habe etwas gefunden. Ich habe etwas gefunden. Buenos Aires International Airport heute Morgen. Jetzt fahre das. Entsinnere das. Trey lands at the airport But Turns out that a top Providence operative Owns a vineyard in the area Don Yates Of infamous New York law firm Morgan Yates & Kohn And get this He's hosting his retirement party today She's infiltrated them She's sending a message She needs my help Could've fooled me You don't know her Anyway If you're going after her You'll need to deal with the Herald Her name's Tamara Vidal Former CIA asset and political firebrand She's a master of surveillance And the Constance's most trusted aide She'll have eyes everywhere You won't get far as long as she's in the game Why are you telling me this? I thought you were out Yeah Old habits, I guess Anyway, I... I need to go See you around, 47 No You won't We have a goal? Treffen Sie sich mit Diana Byrne Hey, fuck my life Hey, bitte, 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 bitte I.O., bitte Es wäre ein schöner Plot Twist, aber bitte nicht nach 20 Jahren, dass uns Diana... Oh, Gott! God tried to do that Outro Untertitelung des ZDF für funk, 2017